Musik Hallo, ich bin der Michael und spiele Gitarre bei The Weight. Ich bin der Mose und ich spiele Bass bei The Weight. Ich bin der Tobi, ich singe und spiele Keys bei The Weight. Und ich bin der Andi und spiele Schlagzeug bei The Weight. Musik Mich begeistert dann unsere Musik am meisten, dass sie authentisch ist. Also wir spielen das, was uns gefällt. Ja, die anderen drei begeistern mich. Begeistern mich manchmal. Also wir entgeistern uns auch manchmal. Begeistern, entgeistern uns. Ja, also wir ziehen glaube ich die Kraft irgendwie aus unseren Partnern auch. Das ist wie in einer gut geführten Ehe. Musik Also wir machen eigentlich nichts bewusst. Also wir machen schon Dinge bewusst, aber wenn es um Musik geht, Musik ist bei uns sehr intuitiv. Und deswegen ist es eigentlich, wir machen das, was uns gefällt. Und wenn neuere Aspekte, modernere Musik einfließen soll, dann werden wir das auch irgendwann mal machen. Aber im Moment spricht uns das am meisten an. Und deswegen, da ist jetzt nichts absichtlich weggelassen oder absichtlich hinzugefügt. Das ist einfach das, was am meisten uns gefällt und was wir am liebsten spielen. Und deswegen könnte es vielleicht wirken, als wenn wir jetzt absichtlich retro sind. Aber wir sind eigentlich unabsichtlich The Weight. Und ja, wir kommen aus, also wir leben in Wien, das ist die Stadt von Sigmund Freud. Genau. Soviel zum Thema Unbewusstes. Genau. Eine Psychoanalyse. Ja, das ist unsere Musik. Ja. Ja, das ist unsere Musik.